Ich bin letztens bei der Vernissage der Projektwoche meiner siebenjährigen Tochter gewesen. Und dann hat der Lehrer die Fotos dieser Projektwoche auf einer Slideshow gemacht. Das war browserbasiert und oben in der Uhr stand der Trashnet. Mein Name ist Kleidner. Ich bin Oberholzer, ich bin mit Simon und Lukas zusammen das Trashnet ins Leben gerufen. Und ich finde es mega schön, was aus Trashnet geworden ist. Und dass wir so lange jetzt auch noch beobachten konnten, wie das wächst und immer noch den Kerngedanken mitträgt. Ich bin Simon Ramsayer. Ich war von Anfang an dabei. Da haben wir mit dem Freundeskreis die ersten Schritte gemacht von dem, was später Trashnet geworden ist. Ich bin dann auch der erste Präsident gewesen. Es war zufällig, einer hat es halt sein müssen. Mein Name ist Dani Boos. Ich bin auch ziemlich früh am Anfang dazu gekommen, wegen Lukas vor allem. Ich bin mit Lukas zusammen in die Schule gegangen. Und wir haben uns immer grossen Austausch gemacht. Ich habe verschiedene Rollen drin gehabt. Sei das im Vorstand oder auch am Rand des ganzen Bereichs. Ich bin Ottmar Troniger. Ich bin seit Anfang bei Trashnet dabei. Ich habe dann lange Jahre aus dem Hintergrund mitgeholfen, mitunterstützt. Und bin dann Anfang des 2000er Jahre aktiver geworden in der Systemadministration. Und bin seit mehr als 10 Jahren jetzt der hauptverantwortliche Systemadministrator. Mein Name ist Roman Fischer und ich bin seit 2006 aktiver Präsident vom Verein Trashnet. Ich bin dazu gekommen, weil mich die ganze Open-Source-Initiative interessiert hat. Weil ich einen Shell-Account und eine E-Mail-Adresse gebraucht habe. Das war ja etwa 1996, 1997, 1998. Simon und ich waren dort noch an der Kante. Und dann haben wir gerade angefangen zu studieren. Es war so Zeit, als das Internet gerade angefangen hat, massentauglich zu werden. Und wir wollten vor allem einfach eine coole Domain und ein paar Websites. Und Lukas hat noch gefunden, Unix ist noch cool. Und dann haben wir da gefunden, machen wir das. Also es war eine sehr pragmatische Entscheidung, eigentlich auch Trashnet zu gründen. Und auch den Namen. Das ist das Einzige, was dort noch etwas vorig war. Ich kann mich noch erinnern, wir waren irgendwo in einem Büro gewesen. Und haben dann auf dem Internet bei Switch gesucht, was da alles noch rum ist. Und die Festnet war noch rum. Ja, das war hauptsächlich eine Spielerei. Das war ja die Zeit, in der mit den Modems der Wechsel hatte. Von der 14,4 auf die 28 Kilobit Einwahlgeschwindigkeit. Und das ist eben so für Privatanwender langsam möglich gewesen. Wir haben das ja zuerst noch über den Nationaltarif in Zürich mit Provider einwählen. Und es war ein bisschen technisch, aber so, dass doch die meisten das ein bisschen haben können, wenn man ein bisschen das Interesse gehabt hat. Und es war einfach noch die technische Freude ein bisschen weitergenommen. Dass man eben nicht nur das Fertige anboten, das der Provider gemacht hat, sondern auch selber etwas ausprobieren konnte. Und was sich dann die Gelegenheit gegeben hat, eben auch, dass man so einen eigenen Server noch einmal hinstellen kann. Und dort dann das ein bisschen tiefer noch sehen und machen. Das war einfach lustig, so wie alles dann interessant und neu war. Was ich aber dann schon noch spannend gefunden habe, das hat dann so wieder die Dynamik dann auch gegeben. Also wir haben das so ein bisschen gemacht, so ein bisschen sehr jungfräulich. Und plötzlich hat es das Interesse gegeben an genau diesen Diensten, an der Shell, an dem Offenen, an der wirklich fast ideologischen Idee, die ja hinter Trash nicht steht. Und das habe ich schon noch cool gefunden, dass Wien auch schon ganz am Anfang eine Eigendynamik entwickelt hat. Es war schon ein Witz vorbei. Es kam dann die kommerziellen Provider. Und das war auch eine relativ teure Sache. Es war schon rein die Telefongebühr, die das gekostet hat und das Abo. Und es war schon die erste Angst, dass jetzt das verloren geht, die Idee vom offenen Austausch. Und es war schon das Interesse daran, das ein bisschen zu erhalten und etwas beizutragen können. Wie gesagt, das haben plötzlich das andere Leute dann auch noch gut gefunden. Und es hat ein bisschen eine Dynamik entwickelt. Ich glaube auch die Selbsthilfe. Ich glaube auch die Selbsthilfe. So können wir das aktiv gestalten können. Das neue Netzwerk mit dieser neuen Technologie. Ein bisschen Vorräte zu sein. Spass zu haben. Ich glaube, das waren auch die Sachen, die dahinter waren. Mit Gleichgesinnten können vielleicht ein bisschen Robin Hood sein. Aber nicht zur wahnsinnig besten. Aber nicht zur wahnsinnig besten. Für mich ist eine Inspiration für das Trashnet ein ähnliches Angebot in den USA, in Colorado. Nixnet hat das geheissen, wenn ich dort auf einem Besuch kennengelernt habe. Das war ein Angebot für den Zugang. Sie hatten einen Dial-Up-Service, wo man sich keinen Provider mehr braucht. Man hat sich gratis per Telefon auf den Server einwählen und dort auch Angebote nutzen. Unter anderem war eben auch für diese freie Rede etwas Wichtiges. Die Nixnet haben eben einen unzensierten Usenet-Feed gehabt. Und auch ein grosses Angebot war, dass sie eigentlich anonyme oder halbanonyme E-Mail-Adressen angeboten haben. Das war zu Zeiten, in denen man Hotmail es noch nicht gab. Und in denen man immer mit einem Namen und einem Ausweis bei einem Provider registrieren musste. Und bei dem Nixnet musste man sich zwar auch mit einem Ausweis identifizieren, aber man konnte dann anonymisierte E-Mail-Adressen haben, damit nur die gewusst haben, wer man ist. Und dann eben im Usenet konnte heikle Dinge diskutieren. Wir haben dann auch rechtlich gefunden. Wir müssen uns etwas auf solideren Boden stellen. Wir haben dann schon gemerkt, dass wir gewisse Sachen gemacht haben, wie die Online-Umfrage gefaket. Und plötzlich haben wir gefunden, dass es sinnvoll ist, wenn wir uns rechtlich eine Form oder ein Gesicht geben können, damit wir agieren können und nicht nur Einzelpersonen sind. Das ist so, kann ich mich erinnern, so ein bisschen der Hintergrund gewesen, wieso wir überhaupt gefunden haben, wir wollen das ein wenig öffnen. Also das Rechtliche und dann eben das Öffnen können, mehr Leuten zuzunehmen. Und darfst du auch noch ein bisschen in dem kommerziellen oder den Dienstleistungsaspekt, dass man als Verein, als Institution gewisse Sachen anbieten kann, was für losse Einzelpersonen schwierig ist. Es gab auch die Idee, dass man dann über den Server heraus auch noch Angebote hat. Also ich erinnere mich an die Idee, dass man den Mitgliedern auch Hardware vergünstigt organisieren könnte, also als Einkaufsgemeinschaft könnte fungieren. Und dass man dann auch gegenüber der Aussenwelt auftreten kann. Wie sind wir eigentlich auf die Bieridee gekommen? Bei einem Bier. Und wir haben schon gedacht, was könnte man machen, Bier und die Postkarte, das war ja so eine Sache, die es uns dann auch schon gegeben hat. Und Bier als Thema hat sich noch abgebotten, so im WG-Leben von dieser Zeit. Und dann haben wir gefunden, dann machen wir das. Und es hat eigentlich wirklich sehr viel Spass gemacht. Es hat auch so eine Dynamik gegeben. Der Peach hat dann angefangen, das PRP zu programmieren. Und dann haben wir ein Webdesign gemacht. Und dann haben wir Diversity-Diskussionen gehabt, über den Comic vom afrikanischen Biermännchen, ob der einen Nasering haben darf oder nicht. Und es war wirklich mega cool. Und dann haben wir das herausgestellt. Und dann plötzlich haben die Leute wirklich angefangen, mitmachen. Also dieser User-Generated-Content, was er dort eigentlich so noch nicht gegeben hat, oder ganz am Anfang gegeben hat, der hat wirklich angefangen zu funktionieren. Und in der kürzesten Zeit haben wir über 1'000 Bier-Labels gehabt. Das war dann eher eine Überforderung, weil wir dann die haben administrieren und schauen, ob die Qualität gut ist und all diese Sachen. Das hat uns fast ein bisschen an den Anschlag gebracht. Aber eben cool war, dass es wirklich anfangen zu ziehen und dass es etwas war, das die Leute gerne gemacht haben und viel gemacht haben. Ja, ich finde das heute, wie wir dann sagen, viraler. Ich möchte mich schon erinnern, als dann die ersten Bier verschickt worden sind, wo wir dann fast im Log geschaut haben. Ich sagte, heute hat irgendwie einer noch eins verschickt, und zwar einer, den wir nicht kennen. in der Zeit, in der Zeit, wo die kommerzielle Nutzung vom Internet grösser wurde, wo es ja zum Teil ein bisschen ein Ohr im Auge war. Und das Bär natürlich ein grosses Übel, hat man damals gedacht. Im Nachhinein war es wahrscheinlich ja noch nichts, was dort so gelaufen ist. Und das ist etwas, wo wir uns, oder wie ich mich jetzt beschäftigt haben. Und damals hatte man ja noch die Möglichkeit gehabt, dass man sich über jeden einzelnen Spam-Mail, den man bekommen hat, beschwert hat. Weil die Leute, jeder hat ja einen Provider gebraucht und der Provider hat einen gekannt. Und die Provider haben die Kunden rausgerührt, die Spam verschickt haben. Aber natürlich musste der Provider es wissen und viele waren dann auch nicht so wahnsinnig professionell und haben sich noch nicht so mit dieser Materie beschäftigt. Aber es war etwas, was wir machen konnten. Wir konnten dann dem Provider Beschwerden schreiben und sagen, der und der Benutzer von dir verschickt Spam, mach da etwas. Und die Schwierigkeit war aber, um herauszufinden, wer der zuständige Provider ist. Weil Spam hat schon versucht, das zu verstecken. Und da habe ich dann einen Text darüber geschrieben. Also zum ersten Mal beschrieben, was ist überhaupt Spam und warum ist das etwas Schlechtes. Das Internet kann auch kommerziell genutzt werden. Und im richtigen Leben gibt es auch Werbung und so. Ich habe zuerst begründet, warum das schlecht ist. Und dann eben auch technisch dahinter gegeben, wie man dann so ein Mail lesen kann. Allgemein und auch speziell im Spam. Und wie man herausfinden kann, was das für ein Weg ist. Das hat so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geschrieben. Was mehr so halt gewesen ist, also nicht um das mal aufzuschreiben, sondern man will es sich selber für sich sortieren, wie das geht. Und es ist dann aber etwas überraschend, dann eigentlich offenbar sehr geschätzt worden, von den Leuten zu dieser Anleitung. Und es ist relativ viel gelesen worden. Und es hat dir dann eben über die Jahre dann auch einige Arbeit noch beschert. Vielleicht kannst du dazu sagen. Ja, das ist dann halt so gekommen, dass der Heinlein, der das berühmte Postfix-Buch geschrieben hat, eine Einleitung gemacht für eine Anti-Spam-Konfiguration. Und hat Sam seinen Trashnet-Artikel als Referenz in sein Literaturverzeichnis aufgenommen. Und da haben wir über Jahre dann immer bei den Migrationen schauen müssen, dass der Text weiterhin zugänglich bleibt. Ich habe dann selber das, was mein eigenes Hobby langsam anfangen zu betrachten. Es hat sich für mich eben die Situation gestellt, dass ich in meinem beruflichen Umfeld nicht alles konnte machen, was mich interessiert hat. Ich hatte eine Funktion als Security-Ingenieur, als in einer Sicherheitsfunktion. Und mich hat der technische Aspekt sehr stark interessiert. Einerseits als Betreiber einer Sicherheitslösung, eben auch die andere Seite zu betreuen und zu sehen. Und so konnte ich eigentlich sehr gut ergänzend Know-how aus meiner geschäftlichen Tätigkeit einbringen in den Support-Teil von Trashnet. Und bei Trashnet konnte ich viele Sachen ausprobieren und machen, wo kein Business Case dahinter gesteckt ist im Geschäft. Also hat sich das sehr gut ergänzt. Und ja, so bin ich eigentlich zum Dauer Administrator geworden, als ich heute noch bin. Und dann ist irgendwann, glaube ich, mal ein 16-jähriger Jüngling dazu gestossen, namens Thomas Bader. Lukas hat mir gesagt, der ist so genial. Der kommt dann so daraus. Wir müssen den unbedingt ein wenig fördern und so. Und das hat sich dann auch ohne Missgrosse zu tun zu dieser Zeit. So ergeben, dass Thomas eigentlich die Hauptarbeit mit der Zeit gemacht hat. Und erst später... Wir haben uns ja alle so Kürzel gegeben, so der Sam und der Satz und so. Der Satz hat gewundert, okay, ich mache meine eigene Domain, Satz.ch. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann hat er sich immer gewundert, wieso so freizügige Bildchen ihm zugeschickt worden sind. Und zwar wirklich freizügige Bildchen. Und dann hat er mir gedacht, ja, was ist denn Satz und so? Und dann hat er herausgefunden, und der Satz steht eigentlich für Sexanzeiger. Und natürlich wollten die Damen dann inserieren auf Satz.ch und haben in die Sachen geschickt. Das hat er dann nicht so lustig gefunden. Es hat dann auch einen Rechtsstreit gegeben zwischen Satz und dem Satz, wo sich dann geeinigt haben. Also er hat dann die Domain nachher auch abgetreten am Sexanzeiger und hat dann das Geld aber auch gespendet an einer wohltätigen Organisation, die er dafür bekommen hat. Und erst später, als unser Verein an eine Kippe gekommen ist, mit diesen, kannst du dich erinnern, mit diesen vielen Gratis-Accounts. Das waren ja über 2'000 Gratis-Accounts, die gepflegt werden mussten. Wir kommen vielleicht später noch auf diese Geschichte zurück. Wir mussten ja eine Neuorientierung machen. Eine junge Person sind ausgestiegen und neue Gruppen von Leuten sind reinkommen. Roman, du warst dabei, als du dann langsam reinkommst. Wie warst du das für dich? Ja, ich war dann Student. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse gebraucht. Ich fand Trashnet cool und Scheller. Ich bin Informatiker, ich habe etwas gebraucht, um zu üben zu können. Und dann hat der Verein Trashnet auch mal ein Event organisiert mit Gratis-Essen. Als Student meine ich Gratis-Essen. Ich bin gegangen. Und es war dann die Frage, ja, wie soll sich der Verein weiterentwickeln? Wo geht es ihnen? Was ist die Zukunft? Man hatte so ein bisschen Sinnkreise gehabt. Eben der Generationenwechsel, den du angesprochen hast. Und ich habe mich dann ein bisschen angefangen einbringen. Ich habe dann auch gemerkt, ja, sie suchen Leute für ihren Vorstand. Wieso? Nein, ich habe Zeit, ein Student. Ich kann mich dort einbringen. Das ist eine gute Idee. Es ist lässig. Informatik. Und es gab dann auch so Zukunfts-Workshops und Ähnliches. Heute würde man sagen, ja, der Verein muss sich fokussieren und muss Zielgruppen definieren. Man hat das natürlich damals mit anderen Worten gemacht. Aber eigentlich hat man auch das Gleiche gemacht. Und es gab dann tatsächlich neue Impulse daraus heraus. Und ich glaube, es gibt viele Vereine, die diese Diskussionen haben. Was ist unsere Zukunft? Was ist unsere Strategie? Und wir haben es dann tatsächlich für eine Zeitli geschafft, wirklich aus dieser Gründungsphase, aus dieser extremen Wachstumsphase herauszukommen. Und wir haben dann auch in eine Konsolidierung und in eine Nachhaltigkeitsphase. Wir haben dann auch Themen, du kannst dich sicher erinnern, wie die Frauen die Thematik aufnehmen. Wir hatten eigentlich fast nur Männer im Verein. Wir konnten dann Judith gewinnen, die auch sehr viel gemacht hat für den Verein. Die hat eigentlich aktiv angefangen, das Thema Frauen und Technik zu bringen. Und ja, wir haben dann auch Re-Design angefangen zu diskutieren und Statute wieder etwas ändern und angefangen, die Gratisaccounts, die nur Arbeit verursachen und Ärger aufzuhören. Wir haben gesagt, wir machen nur noch für Mitglieder und dafür können unsere Mitglieder eigentlich zu einem Fixpreis irgendwie alles haben. Aber wir haben das Businessmodell geändert und sind dann dort eigentlich in eine sehr viel stabilere Phase reinkommen. Bist du dort auch aktiv gewesen? Ich kann mich gar nicht so genau erinnern mit dieser Umbruchszeit. Ja, ich bin eigentlich dann dazugestossen in meine aktive Tätigkeit, weil ich mich auch etwas aufgerüttelt gefühlt habe. Ich hatte dort meine privaten Domäne schon längstens. Ich habe Trashnet in meiner zweiten Tätigkeit als Dozent an einer höheren Fachschule eingesetzt, als Übungsbeispiel, Demonstrationsobjekt. Und mich hätte es schadet, wenn das jetzt alles weggeht. Und wie der Dani vorhin gesagt hat, die Gründungseuphorie über die vielen Jahre hat zu gewissen Ermüdungen geführt bei diesen aktiven Leuten. Bei Lukas zum Beispiel, der dann auch Studium beendet hatte und seine Firma gestartet hat und froh war, wenn er sich zurückziehen konnte. Und dort haben wir uns, kannst du dich vielleicht noch erinnern, im Zentrum Karl der Große, einer wirklich wichtigen und entscheidenden GV uns geeinigt, wir starten neu, im Sinne von, wir ändern, wir reduzieren die Arbeit, wir machen die Fokussierung, die du angesprochen hast. Und dann haben wir mal radikal angefangen zu aufräumen. Und dort habe ich dann eigentlich angefangen, mich aktiv einzubringen. Ich habe gesagt, ich mache mit. Und habe dann dort den Thomas unterstützt als CoSys Admin und habe eigentlich seither eigentlich keinen Tag ohne Trashnet-Administration verbracht. Die eigentliche Geschichte ist natürlich das war die Zusammenarbeit mit dem Doc18, noch in der Stadt, wo es plötzlich geheißen hat, wir könnten uns an einem Veranstaltungsraum beteiligen. Und wir waren auch immer schon auf der Suche nach Räumen, wo wir vielleicht vielleicht Hack-Sessions oder Judith, die damals sehr aktiv war, und haben auch gesagt, ich möchte mit meinen Frauen zusammen irgendwo etwas machen können. Und wir haben uns dort beteiligt und das ist zwei Jahre lang recht gut gegangen. Und dann irgendwann ist es irgendwie einfach ausgeartet. Und man hat dann schon gemerkt, wir sind nicht mehr so die ganz jungen, ganz rebellischen. Sondern wir sind schon ein bisschen gesetzt und wir wollen schon ein bisschen geordnete Verhältnisse haben. Und es ist uns dann etwas zu wild gewesen, was dort zum Teil im Doc18 abgegangen ist. Und das hat sich dann nachher etwas aufgelöst. Und ich bin aber sehr froh, das Doc18 ist auch noch alive and kicking. Am Anfang ist es wirklich Schell-Account IRC-Bot, also IRC-Internet-Relay-Chat, also seine eigenen Bots hat er ins Internet gestellt, die dann mitdiskutiert haben. die wir haben regulieren müssen an einem gewissen Punkt. Vielleicht ein Domain haben, das ist damals aber schon eher so ein bisschen... Und das hat sich natürlich total geändert. Wenn heute die Informatiker, die wir damals quasi als Zielpublikum hatten, wenn die heute einen Server, einen Shell-Account, die mieten sich irgendwo einen Rootserver oder bauen sich ihren eigenen Linux-Server, die sie im Keller unten haben zusammen, die können wir nicht mehr abholen. Die Technologie hat sich dort wirklich einfach gewandelt. Wir haben über den Laufe der Jahre auch Mitglieder gehabt, die noch weitere Verpflichtungen hatten, ein weiteres Engagement. Und so hat sich eigentlich Dresnet als Trägerplattform für viele andere Projekte als technische Basis entwickelt. Also es ist jetzt unterdessen eigentlich eine schöne Aufgabe, eine Verpflichtung auch. Für mich persönlich kombiniert als Hobby, es macht Spass, aber gleichzeitig auch ein gutes Gefühl, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen, dass das am Leben bleibt, dass es unterbruchsfrei ist, dass es eben hohe Verfügbarkeit hat, Support-Anfragen zu beantworten und den Leuten zu helfen, die vielleicht nicht so tief in der Technik drin sind, mit unserem Verein, mit der eigenen Plattform halt eine Basis bieten können, um ihre eigenen Ideen oder ihre eigenen Projekte laufen zu lassen. und ohne ein sorgloses Paket unter Freunden sozusagen oder unter Vereinsmitgliedern. Wir haben einige, die sind nicht sehr technikaffin, die sind froh, wenn sie ihren Mail-Account bedienen können, also nutzen, oder dass sie ihre Projekthomepage können, gratis hosten und daraus raus gewinnen wir uns eigentlich unsere Motivation, um an dem weiter zu arbeiten. Ich möchte mich an den Vorderen zu erinnern, die waren ja wirklich gross eine Zeit lang und das ist alles auch über die Trashnet-Plattform gelaufen. Man hat sie auch aktiv unterstützt, aktiv gesponsert. Ich weiss einfach, dass der Felix Rauch der Usenet-CH-Zuständige war und wenn mich nicht sehr täuscht, ist sein Domain mit seiner Homepage für Usenet-CH-Administration immer noch vorhanden, auch wenn es praktisch tot ist, wie das ganze Usenet, unterdessen mehr oder weniger das erste Mal in Google verschwunden ist und Google Groups und so. Eigentlich als Protokoll gar nicht mehr existiert. Am Anfang waren wir ja vor allem World Wide Wald und wir haben das häufig der Zeug gesehen und das konnten austauschen. Wir sind aber plötzlich sehr schnell gewachsen, die Leute aus Österreich, aus Deutschland und von denen ist es immer schwieriger geworden, an unsere Gefahr zu kommen und sich beteiligen, wenn man sich mal trifft. Was haben wir dagegen versucht zu machen, als virtuellen Verein? Wir haben uns ja immer als virtuellen Verein verstanden. Also, ich denke, es war nicht nur für Sie schwierig, sondern auch für uns. Wir wollten ja wirklich, dass wir als Verein auch die Mitglieder dazu bringen, auch mitzumachen oder wenigstens mit abzustimmen. Und dann ist es naheliegend gewesen, dass wir auch eine digitale Lösung für das finden. Und haben dann ein E-Voting auf die Beine gestellt für die GV, also eine virtuelle GV mit einem E-Voting-Protokoll, das wir dann durchgeführt haben. Wir haben auch mehr Leute geteilt genommen, nicht so viel mehr, wie wir gedacht haben, aber doch immerhin. Und es war eigentlich noch recht cool, das auch mal auszuprobieren. Das ist ja eben, wie so vieles in der Geschichte von Trashnet, so etwa 10, 15 Jahre vor dem Mainstream gewesen, jetzt reden wir über E-Voting. Trashnet hat es schon lange gemacht. Wir haben ja dann zum Teil ganz geschlossert heute wie wir sagen banale Probleme gehabt, weil wir die Online-GV ja hatten. Wir haben ja gewisse Leute von Wort getroffen und haben geredet. Und jemand musste das dann mitteilen. Und das Video-Streaming ist noch nicht gegangen. Für das sind die Kapazitäten nicht genug gross gewesen. Das heisst, jemand hat dann in den Chat getippt, was da geredet worden ist. Und dann hat es aber mehr als ein Computer gleichzeitig im Internet gebraucht, um die Übertragung zu machen. Das heisst, wir mussten einen Ort haben, wo es eine Standleitung oder ein Netzwerk gegeben hat. ETH in der Regel einen Raum nutzen konnten abends, um überhaupt zwei, drei Computer gleichzeitig zu streamen. Also streamen einer und einer liest vor, was die anderen schreiben. Aber es hat geklappt und es ist im Nachhinein eigentlich noch lustig, wenn wir zurücksehen, was heute eben diskutiert wird auf einer grösseren Ebene. Aber die Fragen sind eigentlich nicht anders geworden, als wir dort hatten. Wie tut man die Partizipation da fördern? Und wie hat man dann aber auch die Sicherheit, wenn man dann die Leute abstimmt? Also ich glaube generell die Frage vom Sponsoring war auch etwas, was auch schon bewegt hat. Sollen wir uns überhaupt sponsern lassen? Oder machen wir uns dann genau nicht abhängig von irgendwelchen kommerziellen Bedürfnissen und sind nicht mehr frei? Ja. Gerade im Kontext um das Bier Trashnet haben wir auch nochmal überlegt, ob wir Ads schalten wollen und so. Und das ist dann recht abgeschmettert worden, weil wir das ja eigentlich nicht wollen. Wir wollten ja immer eigenständig sein. Und die Sponsoren waren ja sorgefältig ausgewählt, obwohl wir es eigentlich sehr nötig hatten. Wir waren sehr froh um das Sponsoring und eben dann die Maschine, die Ottmar sponsoren konnten. Das waren super wertvoll. Und dann eben auch bei Initialen haben wir auch einen guten Deal bekommen. Er hat das auch gesponsert. Auch die Gubel hat mitgemacht. Aber ich weiss nicht genau, wie wir damals haben, wieso wir entschieden haben. Aber ich kann mich nur noch erinnern, es ist einfach nicht so durchgelaufen. Die Due Diligence war damals noch wichtig. Ja, plus wir mussten uns beweisen, dass wir uns nicht beeinflussen lassen. Ja, genau. Ich kann mich gut an das Ridesign erinnern, den wir 2013 gemacht haben. Wir hatten dort die Chance, das mit einer Berufsschulklasse zu machen. Ich erinnere mich, Lukas Platter und ich sind dort hingegangen und haben versucht, der Klasse von 16-17-Jährigen zu erklären, was Trashnet ist. Und haben dann die Webseite gezeigt, mit einem tollen 90er-Jahr-Design. Und dann haben wir gesehen, wie der Laden runtergeht. Okay, das muss geändert werden. Und als die dann wirklich angefangen haben, als neue Design vorgeschlagen haben, hast du gemerkt, okay, jawohl, so machen wir das heute. Das war eine ganz Top-Aktion. und das hat mich gefreut. Die haben sich auch wirklich reingenommen. Nachdem ich ein paar Jahre Präsident war und auch irgendwo in einer Sinnkrise gefallen bin, das geht allen etwa gleich, kam ich an einen Punkt und ich sagte, weisst du was, der Verein braucht es einfach nicht mehr. So wie wir dort in 2003 gesagt haben, braucht es den Verein. Und ich fand, der Verein braucht es nicht mehr. oder die eine, die GV, traktandiert die Auflösung des Vereins. Ich meine, oder? Das war die GV, die am meisten Leute gekommen sind. Also es ist noch bis heute ein ungeschlagener Rekord. Und was mich dann aber überrascht ist, von den ganzen Mitgliedern das Feedback, hey, ihr macht eine gute Sache. Wenn wir nichts sagen, sind wir extrem dankbar, dass ihr es macht. Und das ist eigentlich Sachen, die einem dann, wenn man so Vereinsarbeit macht, wirklich wieder auf lange Frist motivieren können. So, ich hoffe, in die 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 Also es war wirklich noch schön, dass völlig unverhofft in der Primarschule in Rüschliken plötzlich eine Trashnet URL dort steht. Ich fand es noch schön, dass offensichtlich die Trashnet noch am Leben ist und auch noch gebraucht wird für Dinge, die man vielleicht nicht so denkt. Aber offensichtlich gibt es Leute, die das noch sehr cool finden. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.